Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von langer, langer Zeit Planet Go. Es kam ein neues Update raus, genau am 23.09. Also ihr werdet das Video am Dienstag sehen, also heute für euch. Drei Tage sind vergangen und die haben jetzt so ein Kartensystem hinzugefügt. Das werde ich euch dann erklären und wenn ihr die Erklärung nicht wollt, könnt ihr auch vorspulen. So 2 Minuten 11, glaube ich, müsst ihr vorspulen, dann seht ihr die erste Runde. Und sonst guckt euch das Video gerne an, war geil, lasst gerne ein Abo, Like und Kommentar da, würde mich ganz erfreuen. Und dann schicke ich euch mal das Video aufbauen, ciao. Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Planet Go. Und wir haben jetzt ein neues Update bekommen. Also insgesamt, das Update kam genau vor drei Tagen, wenn ihr das Video seht. Und es gibt jetzt hier einen Schwierigkeitsgrad, was man auswählen kann, anschauen. Dann gibt es hier Karten, keine Ahnung, was die uns bringen. Und dann haben wir, das war es, glaube ich. Ja. Und das sind die Karten. Die haben anscheinend Vorteile. Okay. Waffenkarten. Aufsteuerung. Ah, das sind die Karten, was es gibt. Schwierigkeitserkundung. Für diese, die einen einfachen Leben wollen. Leben der Feinde, minus 22%. Sie sind Meuler. Plus, Leben der Feind, plus 50%. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, wir spielen hier das da mal. Wir wählen den kleinen aus und spielen. Hä, die sind alle freigeschaltet. Ah. Ach, das haben sie jetzt geändert, das Skillpunkt, oder? Nee, haben sie nicht geändert. Also das freundliches Feuer haben wir jetzt freigeschaltet schon. Oh, kosmische. Ah. Ah. Jetzt was... Ah, okay. Das ist dann also jetzt hier die Stärkezeug. Ah, so funktioniert das also. Wir können hier also ein Pack-Aubwändig machen. Ah. Okay. Dann würde ich sagen, wir starten mal eine Runde. Hä? Wa... Was? Waffen aus? Maschinengewehr. Nützlich zum Bohren von Löchern. Donnerstoß. Roboter. Oh mein Gott. Die haben ja alles verändert. Hä, die haben sogar neue Monster hin. Ah. Ich sehe, glaube ich, das... Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ah. Maschinenpistole. Ah. Okay, ich verstehe es langsam. Wir haben leider schon zwei Leben wieder verloren. Geld 50%. Ja. Natürlich nicht mal Geld 50%. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr Money. Geld. Ah. Vorweisen. Ganz wir. Nicht Widerstand. Durchschuss. Radius. Durchschuss. Raketen. Die haben das Spiel ja komplett überarbeitet. Drohnenklinge. Geschwindig. Drohnenklinge. Die haben das Spiel ja komplett überarbeitet. Das kenne ich ja. Wenn wir uns jetzt an die anderen Folgen erinnern. 10% Schaden. Das finde ich sehr interessant. Also, ich merke, dass die Gegner schwach sind. Schaden. Maschinengun. Okay. Ja. Ich merke so sehr, dass die Gegner schwach sind. Rausche eine Waffe gegen einen anderen im Deck aus. Die Roboter. Okay. Ich merke es. Es ist wirklich schwach. Das wundert mich sehr. Sogar. Was ist das? Was ist das für ein Ding? Schaden. Ui. Ich glaube, es gibt keine Geschwindigkeit so richtig. Habe ich das Gefühl. Was haben wir hier? Minus Erfahrung Geschwindigkeit. Dann nehmen wir das. Donnerstoß. Okay. Eine Minute schon dabei. Okay, okay. Die Gegner sind wirklich schwach. Das merke ich. Versicherungs-Match. Erfahrung. Durchschlag. Boah, ich würde sagen, mehr Geld. Wir sind Geldgeil. Wir wollen Geld in dem Spiel. Okay. Gleich haben wir wieder Level ab. Genau jetzt. Geschwindigkeit. Genau das wollte ich. Oh. Der Gegner ist schon stark. Ah, jetzt merke ich es langsam. Da kommen jetzt die starken Gegner schon. Die, was wir aber alle schon kennen. Geld. Geld. Leben regeneriere ich leider nicht. Das ist doch nicht schade. Geschwindigkeit ist mir leider immer noch sehr low. Oh, der Baum bewegt sich jetzt. Und was kommt nach, wenn er tot ist? Kommt ein Goldner raus. Ginzig schwar... Schwer... Was? Schmerzhafter Wahl. Erfahrung. Leben. Minus eins. Leben. Anforderungen. Zwei. Ähm. Keine Ahnung. Dann nehme ich das. Ich habe nur ein Leben jetzt. Das ist schon mies. Das könnte ganz schnell enden, sage ich nur. Feuerrate. Drohnen. Okay. Also unser Leben kann jetzt ganz schnell ändern. Wie hier. Ja, vorbei. Okay. Gehen wir mal ins Hauptmenü wieder. So. Da gehen wir auf Schwierigkeitsgrad. Und wir nehmen... Sie sind... Sie sind alle tot. Oh mein... Okay, der Anfang geht ja noch. Okay. Die Schrifting. Minus Geschwindigkeit. Erfahrung. Geschwindigkeit. Ich würde sagen Minus... Minus Erfahrung. Weil... Geschwindigkeit könnte schon mies werden. Minus Geschosse. Ein Leben. Minus. Verstärkung. Geschosse. Geschosse. Oh, ich merke es. Sie halten jetzt sehr viel aus. Oh, 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 oh. Schaden. Wir müssen sehr viel Schaden leveln. Würde ich sagen. Also Schaden muss hier auf die Top. Hoch. Hoch mit uns. Okay, okay. Durchschlag. Durchschlag. Auf die Waffe. Ja, läuft schon besser. Meine Stimme fühlt sich etwas komisch an, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Gleich einmal Level. Ähm. Ja, die. Die kenne ich. Die sind gut. Manchmal. Aber das ist auch schon nice, muss ich sagen. Dass die so geile Bilder bekommen haben. Genau. Die helfen dann im Notfall sehr. Okay, Schaden. Ich würde sogar auf die Blitze mit Schaden erstmal gehen. Weil die Blitze sind echt gut. Weil die mehr als einen damage'n. Schaden. Okay. Schaden gemacht. Level up. Schaden. Jetzt auf die Waffe. Okay, da kommen sie. Level up. Und boom. Ähm. Geschoss. Da drauf. Jetzt müssten zwei rauskommen. Genau. Geschoss bedeutet ja mehr. Nochmal eins. Zu. Level up. Ähm. Feuerrate. Okay. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Oh Gott. Geschwindigkeit erhöhen. Geschwindigkeit ist wirklich ein Muss. Weil ich dadurch schneller die EP einsammeln kann. Schaden. Wir gehen jetzt auf Blitze wieder. Oh Gott. Ah, hier. Hä? Wie hat er mich da wieder erwischt? Ja, das sieht. Da merkt man, dass man da taktisch spielen muss. Der Vogel ist echt nervig. Ja, da weiß ich. Das habe ich schon wieder nicht gesehen, wo er mich erwischt hat. Macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich. Okay, Geschoss. Zack, zack. Zack. Und zack. Feuerrate. Ernst. Wir. Okay, machen wir das. Oh, jetzt läuft es gut, finde ich. Auch wenn ich nicht mehr so viele Leben habe, läuft es gut. Okay, ich habe ein bisschen Geld eingesammelt. Geschwindigkeit plus. Ah ne, das war ein Plus. Jetzt sind die 5% schneller, die Gegner. Boah, das ist alles schlecht. Da mache ich Minus-Erfahrung. Weil Geschwindigkeit ist wirklich hier in Mustern. Ja, ich bin tot. Gleich. Also ich werde es nicht lange überleben. Also der Hardcore-Modus finde ich sehr krass. Krass finde ich es einfach, weil er echt krass ist. Und den zu überleben ist schon krass. Dann jagen wir euch mal alle in die Luft. Und ich sammle so... Ja, jetzt ziehe ich das EP ganz langsam. Okay. Hier gibt es XP und Laberbe. Geldbonus, Dauer, Durchschlagskraft. Nee. Ah, die Krabbe. Ah, jetzt haben wir ein Krabbenproblem. Oh, das war knapp. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Hauptmenü. Was war das? Wenn euch natürlich diese Folge wieder gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Und schau. Und schau. Vielen Dank.